ja herzlich willkommen zur heutigen ausgabe des wirtschaftsmagazins am mikrofon begrüßt sie ilong huang mein heutiger gesprächspartner im studio ist ecker chenck ich lebe seit sechs jahren in taiwan aber das ist nicht das erste mal dass ich in taiwan bin bin schon vor inzwischen 22 jahren hier gewesen ich komme aus magdeburg aus deutschland bin jetzt 48 jahre und habe eine kleine tochter die hier zur schule geht an die deutsche schule hier in taiwan sie haben gesagt sie waren jetzt schon vor langer zeit hier jetzt sind sie wieder nach taiwan gekommen sie haben hier in taiwan eine firma gegründet doch oder beziehungsweise sie haben hier in taiwan eine firma aber ihre ersten verbindungen mit taiwan haben eigentlich gar nichts mit so einer firma so einer handelsfirma zu tun können sie erzählen wie sie das erste mal nach taiwan gekommen sind also zuerst kam ich nach taiwan in im sommer 2000 2001 und ich hatte damals gerade mein studium als bauingenieur beendet und ein ein job in der bauleitung in deutschland auf einer ganz normalen baustelle bis mein chef mich fragte ja du willst du nicht nach taiwan gehen wir haben da eine aufgabe okay wo ist taiwan überhaupt aber ich habe einfach ja gesagt und dann war ich vier wochen später kam ich dann hier an und bin in miau li gelandet weil dort das projektbüro war für einen abschnitt des high speed rail projekts hier in taiwan ja und dann habe ich da drei monate arbeiten sollen also mehr so handlanger tätigkeit weil ich ja nicht viel erfahrung hatte und aus diesen drei monaten wurden aber fast zwei jahre warum wurden daraus zwei jahre oder beziehungsweise wie kann man sich ihre arbeit und das projekt so damals vorstellen ja also ursprünglich war eben die idee dass dass ich sozusagen dokumente prüfe auf vollständigkeit und schnittstellen und solche sachen was man eben als berufsanfänger so machen kann und das sollte für einen gewissen zeitraum nur sein eben drei bis vier monate aber die ja die arbeit hat sich dann gut gestaltet und ich habe dann im team mich gut eingefügt so dass ich dann gefragt wurde ja kannst du nicht noch mal drei monate länger bleiben so und dann so ging das daneben für fast zwei jahre okay und gut dann war das projekt beendet sind wieder nach taiwan nach deutschland gegangen und jetzt sind sie dann wieder ich glaube im vorgespräch haben sie 2017 wieder nach taiwan gekommen was hat sie bewogen wieder nach taiwan zu kommen also ich hatte nach meinem ersten längeren auftalt hier in taiwan bis 2003 wie gesagt immer noch sehr enge verbindungen zu taiwan das kam natürlich vor allen dingen dadurch dass ich eben meine frau kennengelernt habe in der zeit die ich auch später geheiratet habe und wir haben eben sehr oft zum zum chinesischen neujahrsfest oder im sommer hier auch zeit verbracht spätestens unsere tochter die ist auch in taiwan geboren wurden bevor wir dann eben als die drei monate war wieder nach deutschland gegangen sind also die verbindung zu taiwan war immer vorhanden und wir haben in deutschland in köln gelebt haben uns da sehr wohl gefühlt aber in 2016 ungefähr haben wir eben angefangen zu überlegen ob es nicht interessant wäre doch wieder nach taiwan zurück zu gehen so das war ein bisschen längerer prozess und da gab es viele natürlich viel zu zu berücksichtigen dabei also was ist mit unserer tochter ausbildung aber auch wovon wovon leben wir wie verdienen wir unser geld so und das war so ein prozess von ungefähr einem jahr und 2017 haben wir dann sachen gepackt und sind nach taiwan gekommen und was ich von ihnen weiß sie haben eben eine handelsfirma also sie waren ursprünglich als ingenieur unterwegs und hier aber jetzt haben sie eine handelsfirma wie ist es denn dazu gekommen also zunächst hatte ich eben in vielen verschiedenen projekten gearbeitet meist so größere also energieprojekte oder infrastrukturprojekte wie ein flughafen und so und hatte da koordinationsaufgaben terminplanung projektsteuerung und habe mich in dem bereich dann auch selbstständig gemacht 2009 und wie gesagt durch unsere reisen nach taiwan bin ich aufmerksam geworden auf seinem produkt was ich total toll fand was man aber in deutschland nicht kaufen konnte ja ein ganz einfaches gerät zum bodenreinigen wischmopp hatte gar nichts mit irgendwas zu tun was ich bis dahin gemacht habe aber ich habe das eben in deutschland vermisst da konnte man nicht kaufen dieses so etwas und das hat mich gewurmt jahrelang und 2014 habe ich dann so ein bisschen auch nach einigen bier die ich mal mit dem kumpel getrunken habe und gesagt ja lass uns das doch importieren und einfach mal probieren ob man das hier nicht verkaufen kann wenn das teil so gut ist ja und dann haben wir das gemacht ja aber eben uns den hersteller gesucht der nach unseren vorgaben das gefertigt hat eine marke angemeldet und einfach mal importiert so und das war so try and error mäßig und über kanäle wie amazon und ebay kann man ja heutzutage relativ gut direkt an consumer verkaufen und und das tatsächlich begonnen glaube ich im mai 2014 das lief nebenher ja es hat meine ganze meine arbeit ganz normal weitergemacht meine firma hat hat sich ganz gut entwickelt und nebenbei haben eben diese diese wischmoppe verkauft so dass daraus dann meine firma wird die jetzt heutzutage aus aus dem team von fünf leuten hier in taiwan und eben lager und so weiter in deutschland besteht habe ich nie erwartet das hat sich so organisch entwickelt und genau dann haben sie jetzt die handelsfirma mit fünf leuten hier sind da also ziemlich eingespannt auch machen sie doch irgendwas mit ingenieurs arbeit also ich habe lange nichts in der richtung gemacht oder keine neuen projekte gemacht nur noch sozusagen einen bestehenden kunden hier und da unterstützt und jetzt aber in den letzten zwei jahren habe ich wieder ein projekt ist abgeschlossen anderes läuft im moment noch aber wie gesagt das ist könnte man sagen wie so ein wie so ein teilzeitjob mehr beratende tätigkeit im bereich der offshore wind projekte hier in taiwan ok kommen wir jetzt so wieder auf ihre handelsfirma zu sprechen was mit was handeln sie denn was ist denn interessant für taiwan aus deutschland beziehungsweise umgekehrt also vorwiegend verkaufen wir in deutschland und das sind produkte eben hatte ich ja schon erwähnt wischmoppe aber auch andere produkte die mit haus und garten zu tun haben und die importieren wir nach deutschland und verkaufen die über verschiedene kanäle wir also im zusammenhang mit diesem mit diesem verkauf das ist ja du verkaufst ja nicht einfach wenn du wenn du online verkaufst sondern das hängt eigentlich du bist eigentlich fast wie so eine media firma weil du musst content generieren muss ja die produkte präsentieren video fotos texte alles muss irgendwie passen damit die produkte gefunden werden und auch und auch gekauft werden am ende also das ist irgendwie ein sehr sehr breit gefächertes feld und wir haben dann eben hier in taiwan unser unser team dass das alles macht heutzutage mit internet ist das ja ist das ja überhaupt kein problem kannst du von überall machen und wir haben dann aber irgendwann gedacht na ja unser eigentliches geschäft ist so weit weg das findet ja in deutschland statt und irgendwie haben wir so lust gehabt hier vor ort was zu testen und zu probieren und zu schauen ob wir vielleicht da auch irgendeine gute idee umsetzen können und wir haben dann einfach mal angefangen in online shop aufzusetzen auf chinesisch und englisch um zu sehen ob wir das hinkriegen aber erst mal ohne eine konkrete idee was wir da eigentlich verkaufen wollen es ging eigentlich nur darum zu sehen kriegen wir das hin und so und wie das so ist dann ergeben sich halt so die schritte beim gehen und als wir das dann eben technisch am laufen hatten habe ich eben einfach gesagt okay wir verkaufen jetzt lakritze jetzt können wir weil ich bin lakritz fan und habe mir immer persönlich lakritze nach taiwan geschickt die taiwanesen mögen lakritze überhaupt nicht das schmeckt wie chinesische medizin aber darum ging es ja erst mal auch nicht unbedingt ja sondern nur sozusagen ob wir das hinkriegen und so weiter und wir haben inzwischen ein paar fans die freuen sich dass das lakritze kaufen können aber das ist das ist natürlich reines das hat mehr so experimentellen charakter ja und daraus hat sich aber dann das nächste projekt entwickelt worauf wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen genau das ist wahrscheinlich woran ich jetzt denke oder wollen sie jetzt wahrscheinlich auch denken sie die bratwürstchen und brezeln und so weiter darüber habe ich sie nämlich auch kennengelernt auf zwei oder drei verschiedenen märkten da sind sie nämlich dann unterwegs gewesen mit bratwürstchen und so weiter und wie es dazu gekommen ist das hören sie beim nächsten mal beim zweiten teil meines gespräches mit eckhard schenk und damit verabschiede ich mich für heute ein mikrofon bei ilong huang vielen dank fürs zuhören so so so